Um die Jungen hat man immer schon am besten eine Bocken gemacht. Egal wie man die antrifft, ob am Morgen, am Mittag oder in Nacht. Du bist einer von denen gewesen, die alles besser wussten als die anderen. Du bist allen auf den Nerven an jedem Stamm, von kurz bis hinten in Leyen, zu bangen. Die dezidierte politische Meinung schuld sind immer die anderen. Ich sage, was ich schon lange hätte sollen, ich sage. Ich sage, wendlich mal, schnurren zu. Wendlich mal, schnurren zu. Du bist einer von denen gewesen, die zu wenig Liebe überkomm. Die antisozialen, sozialen Medien haben die Hass-Aussprache übernommen. Ich habe gemeint, die Zeit sei vorbei, aber es könnte sein, dass sie wieder kommen können. Darum sage ich, was ich schon lange hätte sollen, ich sage, ich sage. Wendlich mal, schnurren zu. Wendlich, endlich mal, schnurren zu. Wendlich mal, schnurren zu. Wendlich mal, schnurren zu. Okay, Brühe! Es war einer von denen, die alles besser gewusst hat als die Anderen. Die Schauen auf Nerven an jedem Stamm, vom Kutz bis in den Löwen zu bangen. Die dezidierte politische Meinung schuld sie immer die Anderen. Ich sage, was ich schon lange hätte sagen sollen, ich sage. Evendlich, endlich mal, schnur zu. 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 Untertitelung des ZDF, 2020